hallo willkommen zurück hello welcome back zu einem neuen video zu tombrider 3 remastered welcome back to tombrider 3 remastered in der letzten folge haben wir den dschungel beendet und jetzt sind wir in der tempelruine die ja ein bisschen schwieriger wird als der dschungel krass das zweite level wird schon ein bisschen schwieriger ja last time we finish the jungle snakes okay jetzt sind hier schlangen da müssen wir aufpassen die vergiften uns so spannend ja genau ich bin gespannt ich war gerade kurz abgelenkt okay ich bin ja fan von schlangen aber so begegnen muss ich denen jetzt nicht vor mir so let's start okay hier war nichts mehr ich glaube wir waren wirklich nichts mehr so gut tempelruine ich bin gespannt wie ich mich hier schlage es ist ja glaube ich ein relativ langes level i think the level is big and yes let's see what happen and very excited so was war hier noch mal was hier richtig okay 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 bye bye snake so ach es ist auch so dunkel ist very dark hier so okay ja die greifen uns jetzt an im ersten level noch aber hier halte hallo sagt man wie viel hält der junge das wird ja lustig es wird ganz ganz lustig so das sieht so toll aus hier so der vergleich wow 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 i don't wow yes i love this game so dass man alles daraus machen kann ja ich glaube hier war ein meditax am liegen oder was das auch ach nee munition geht auch fest so jetzt bin ich gerade am überlegen wo diese perspektive wo es hier die ganzen secrets gibt es gibt okay es gibt nur vier also nicht viele ich bin gespannt ob das so richtig ist meint ihr geschafft das ok das war echt knapp kann ich sagen so quickly piranhas wow piranhas also den möchte ich nicht im real life begegnen so ok the doors open on the water and yes can we okay we are waiting die sind ja cool aus der luxe kuh ja die sind schon cool aus muss ich sagen okay okay und nein das war zu früh glaube ich oder an der das geht voll so auftauchen ok oh gott leute das sieht so cool aus das sieht so cool aus hallo macht er eine rolle kann es sein dass die in dem remastered ein bisschen mehr aushalten als im original krass worte vor der warte voll ok ist schon interessant war cool gemacht auf jeden fall auf geht's machen wir einfach mal das da sportlich sportlich ich kann sowas natürlich nicht ich konnte sowas noch nicht mal wo ich noch jung war also ich bin jetzt nicht mega alt aber trotzdem so ist aber gut gut getarnt und die moni fängt vor dem moni könnte man ok da kommen leute ich speichern mal we are saving the game let's try ok ok das war jetzt nicht so gut ok aber nee da liegt ja auch nichts also bringt das ja eh nichts aha das ist ja cool gemacht ich frage mich ob man da oben drauf kann ich hab's noch nie probiert beziehungsweise doch ich hab's probiert aber bin irgendwie nie drauf gekommen so lava ab geht's ab geht's so ich glaube da ja da kommt der nächste the next monkey is coming da was drauf ne ich hab's mir nur eingebildet ein bildung ist auch eine bildung wie man immer sagt so ich glaube ich weiß gar nicht ob ich noch was war weil hier noch was drauf gibt auch nicht leute seht euch das mal das sieht so cool aus das hat auch seinen charme so ne heftig ja ich glaube das money kann es sein machen wir mal eben ok und simoni ja ich bin gespannt die ganzen waffen sind ok komme ich denn jetzt wieder so hoch oder muss ich nicht speichern nicht ich mich nicht zu oft speichern yes 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 very good lara hatte ich doch richtig in erinnerung dass hier einer gesprungen kommt next crystal thank you und ja da ist wieder der level anfangen so ach so da liegt ja noch was gut das ist jetzt glaube ich ein bisschen tricky mal schauen ob wir das schaffen ja komm machen einfach mal so ich möchte eigentlich nicht zu viel speichern aber kennt ihr das ihr habt angst dass ihr das alles noch mal neu machen müsst ich glaube ich glaube mehr war hier auch nicht also ich glaube mehr war hier nicht ich glaube nicht so dann können wir ja wieder weiter so auch ein ohr juckt ja wir können eure hoch luftigkeit wo ich habe eine trophäe bekommen sehr gut cool ja wir könnten das jetzt auch abkürzen weil das der eingangs zum tempelruine aber hier müsste es noch ein secret geben i think the secret is here maybe but i don't know wow that looks awesome let's go let's go let's go can't wait to see the tempelruine ja ich bin schon gespannt okay ich glaube es war so ich meine unten werden secret aber ich bin mir da gerade auch nicht mehr so sicher da bin ich mir auch nicht so sicher gerade aber auf jeden fall ist da oben munition für die shotgun munition der shotgun ist sehr cool okay sehr gut sehr gut sehr gut hier kann ich einfach runter ja ich habe immer die sorge dass das dann doch nicht klappt wir kennen wir kennen das ja von uns wir trauen der laber manchmal echt zu viel zu obwohl sie ist ja schon vertrauenswürdig ne aber ja gut bevor ich da runterfalle moment wait i don't need yes correct oh 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 bye bye okay 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 das war doch kein secret okay that that is not the secret na ja leute ihr wisst wenn ich das wenn ich ein secret verpasse und das ganze level neu machen deshalb wäre es ja eigentlich klug mehrere stände zu machen aber ich glaube es gibt sogar eine trophäe für man darf nur 86 mal speichern aber ganz ehrlich das ist ein letztes vielleicht ein bisschen schwierig so der affe ist weg lag denn hier noch irgendwas besonderes ich glaube nicht noch mal kurz umschauen und sagen wow 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 das sieht so krass aus man that looks so crazy okay es geht ab in die tempelruine ich weiß gar nicht gibt es einfach so eine taste wo man direkt auf die fackeln zu treffen kann da liegt was liegt eine kobra hey die bewegt sich die ganze zeit sie sie ist musik ok kann ich das wieder aufgeben ok die stimmung ändert sich gerade naja ich mag die hintergrundmusik ich mag die voll gern ok damit das habe ich gar nicht mein kopf gehabt rutschpartie ist angesagt ok ich habe ich jetzt auch nicht mehr im kopf gehabt ok oh ja die schieber statu so wartet mal ja kenne ich ah ok jetzt verstehe ich das wenn man das secret aus von brager 1 nicht hat wo man das gewehr findet dann findet man das gewehr hier und ich merke gerade dass ich mein englisch mal wieder aufbessern muss bei englisch bei englisch ist so bad ich bin voll eingerostet so ok 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 ja jetzt kommt so eine stelle sehr gut jetzt ist halt die frage dann leute wie mache ich das jetzt es kommt ja die schieber statu die nicht so nett zu mir ist ja welche waffen nehme ich denn ja ja wau ok hm ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Okay, this guy needs to be sent out one. Yes, she is very strong. Wow. Wow. Back and back, back and back, jump, jump, jump. Oh, oh. No, no. Wow, wow. Wow. No, no, that was not great, no. Oh, oh. Hilfe, help me. Oh, okay, okay. Oh, die hält aber viel aus, ne. Aber ich möchte die dann auch nicht so verschwenden. Obwohl, gegen sie ist es keine Verschwendung. Oh Gott. Oh Gott. Ey, wie lange braucht die denn noch? What? Hey. Ey, wie viel hält die bitte aus? Also. Das Ding ist, ich kann die dann... Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh. War die auch... Oh, okay. Interesting. Oh, she looks very cool. So. Aha. Sehr gut. Gut, was macht der Hebel nochmal? Okay, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Aber wahrscheinlich hat sich eine Tür geöffnet, oder? Hey. Oder? Nur, es hat sich keine Tür geöffnet. Ich versteh das grad nicht. Welche Tür hat sich denn bitte geöffnet jetzt? Ich hab keine Ahnung. Naja, Leute, auf jeden Fall war's das mit der Folge erstmal. Thanks for watching. We'll see you in the next episode of Lara Croft. And yes, thanks for watching. Bye bye.